Einmal habe ich mich aufgeregt, weil ich es hätte drücken können, aber ich habe es vergessen, dass es drin war. Das war einer unserer tollen 2-Minuten-Episoden, wo wir eben so super toll waren. Also zieh dich vielleicht das nächste Level dann. Ein Tanga-Kranz? Äh, Kranz? Ein andächtiger Tanga-Kranz habe ich. Also ich sage es mal so, ich möchte jetzt mit ihr noch einen abhängen und noch 8 Sekunden vom Killer abhauen. Dann kriege ich meine, ich glaube insgesamt 60.000 Blutpunkte oder so, dann kann ich wieder meine Heilerin nehmen. Dann häng doch einfach beim Killer ab und dann kriegst du die 8 Sekunden zusammen. Ne, dann kriege ich die 8 Sekunden ja auch nicht mehr, ich muss ja von dem fliehen. Ja, das geht automatisch, weil der wird dich jagen. Ja, aber wenn ich beim Killer abhänge, dann hat der mich getroffen. Ja. Ja. Das ist dann nicht so dolle, ne? Nein. Ich kann ja einfach zum Killer rennen, du rennst mir, äh, schleichst mir hinterher und dann lass ich mich fangen und du holst mich wieder. Ach, das machst du jetzt noch extra, ja? Ne, ich meine, irgendjemand wird ja sowieso gefangen, also hinterher. Ihr lasst die einfach hängen, wenn das der vierte ist. Und dann verreckt die. Ups, dann war es meine Schuld. Aber, dann habe ich zumindest die Zeit, um vom Killer zu fliehen. Coltwind fahren. Aber der muss sich auch jagen. Ne, die hier meinte ich, glaube ich. Die ist, Mist. Ach, haltbar. Oh, ich habe schon wieder den Killer bei mir. Ist doch nicht normal. Wo denn? Kannst du den auch, äh, sabotieren? Ne, ne, hab keinen Werkzeugkasten. Und den Pog nicht. Ich weiß nicht, aber ich höre irgendwie ganz extrem. Sabotier die am besten bei, äh, dem Generator. dann kann man sich so schnell aufheben. Ja, stimmt. Dann, dann machst du den Generator gleich? Ich habe ja auch keinen Generator und nichts. Doch, da hinten ist einer. Der ist kaputt. Komm. Da hinten ist einer. Nein. Oh, äh, oh, ich höre es. Och, Freddy Krüger. Nein, den hatte ich noch nie. Geht an einen Generator und, äh, macht einen Fähigkeitscheck kaputt. Also, dass er explodiert. Dann kommt er wieder in die normale Welt. Hä? Ihr müsst den Fähigkeitscheck verpacken. Wie? Also, wenn ihr in der Traumwelt seid, dann müsst ihr einen Generator und, äh, den explodieren lassen. Achso, aber wir können uns ganz normal weiterbewegen dann. Ja, aber ihr seid halt in der Traumwelt und seid dann schon eher der normalen Fähigkeitscheck. Ach, sag doch, dass er dich hat. Ja, er hat nicht hingangen. Ich war, wollte den machen, ähm, ich warte hier, bis du mich abhängst. Häng mich ab, Schatz. Bist du im Haus? Nein, ich hänge draußen. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer zu dir. Nein. Das ist eine andere Clodette, glaube ich. Ich hänge mal an, Daniel. in die Welt rein. Fuck. 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 Was ist das? Ja, der war hinter mir. Scheiße. Einfach weg, ne? Und wie gesagt, einfach ist gut. Ja, aber einen Generator? Du bist lustig. Ja, dann kann er diesen, äh, wenn er schon packt. Wenn ich's verkacke, meinst du nicht? Wenn ich's packe. Oh, fuck. War er hinter dir? Ja, geil. Wieso hab ich den jetzt am Arsch? Der ist kein... Ey, das ist doch nicht wahr, dass ich jetzt hier nirgendwo einen Generator finde. Wollt ihr mich verarschen? Mann, der hat mich schon wieder am Arsch hier, ey. Ich bin bei der Clodette. Ich glaub, die wollten mich heilen, aber... Ja, ich versuch's ja, aber es passiert nicht. Ha! Hast du gesehen? Ja, wie hast du das gemacht? Ich hab dich in der Harddrecks begehen lassen. Vielleicht haben wir mich hinten. Jetzt kann er mich... Scheiße. Ich bin ein Dreiviertel voll. Ja, wenn du ihn ablenkst, kann ich den Generator ja noch weitermachen hier. Ja, okay. Ich muss nur explodieren lassen. Ich brauche Hilfe jetzt, jetzt muss mir einer helfen. Ja, jetzt hat er die andere hat ihn jetzt explodieren lassen. Ja, jetzt hat er die schon irgendwo. Nein. Ja, Mann, das hat nicht klappt. Komm doch mal zu mir. Ich krieg hier rum und hab fast volles Leben wieder. Nein, er holt mich jetzt. Ach, da hinten. Ach, ihr seid beide am liegen. Ja, ich liege. Sag das doch. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe. Wir haben einen Generator gemacht hier. Ja, das ist schön. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, er hat mich. Er holt mich jetzt. Ja. Ja, das war's. Hm. Vielleicht auch fertig geheilt. Oh, er kommt direkt zu mir. Du könntest mich jetzt hier runterholen. Ja, er hat gerade gesagt, er kommt direkt zu dir, habe ich verstanden. Nee, nee, komm einfach hier holen. Das ist bei mir. Nimm runter! Nimm ihn runter, Mann! Mach es! Ey, warum macht ihr das nicht? Ey, ich drück hier die ganze Zeit wie blöde drauf. Ich gehe zum Cubic. Ist er noch bei dir in der Nähe? Ähm, ich höre nur. Ich sehe ihn ja nicht mehr. Da ist er. Aber jetzt höre ich mal gewünscht. Ich versuche mich zu heilen. Ja toll, dich nimmt die runter, weißt du? Äh, mein Perk ist also, wenn das geht, das verbraucht sich. Der ist hier, der ist hier. Oh, das ist aber nicht so günstig, was du hier gerade machst. Da ist er, da ist er! Weg, weg, weg! Mich hat er noch nicht geholt. Nein, mich hat er aber schon mal gehabt. Ich höre ihn lachen. Oh, Entschuldigung, ich komme gerade in deine Richtung. Nein, ich bin weg. Ich bin weg. Freddy hat mich erwischt. Ja, nee, ich bin nicht ganz... Scheiße, ich bin aber direkt neben dem Haken. Ja, geil. Wo er mich auch aufhängt. Ich bin direkt bei euch in der Nähe am Haken. Ich habe den Haken. Ach so, jetzt sehe ich ihn ja auch nicht mehr, ja. Scheiße. Aber ich müsste eigentlich schon mal die einen Blutpunkte kriegen, um abzuhängen. Wieso hat er dich eben nicht abgegangen? Ich habe gedrückt gehalten, klappte nicht. Dann habe ich nochmal neu drauf gedrückt, wieder gedrückt gehalten, klappte wieder nicht. Dankeschön. Bin es schon? Ja, ja, bin. Nein, der ist schon wieder bei mir in der Nähe. Ach, das ist nicht wahr, ey. Ach, sag mal, willst du mich verarschen? Das ist doch scheiße, wenn du den Gegner nicht siehst. Nein, nein, jetzt habe ich getroffen. Und schon wieder bin ich nicht ab. Er hängt mich wieder am gleichen. Aber klar. Was hast du getroffen? Ein Fähigkeitscheck oder was? Ja, schon wieder. Ich will nicht treffen, den muss ich nicht zu gehen lassen. Nein, wenn ich herunter will, dass der mich nicht verschleppt. Habe ich wieder ganz knapp getroffen. Und wieder hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was das für ein scheiß Block ist. Du hast hier noch laut bei dir gesprochen. Ich bin noch am Kämpfen, aber ich bin gleich kaputt. Hier oben geht es nicht raus. Nein. Wie raus? Wo willst du hin? Raus? In dem Haus hier oben. Ich bin ja mit irgendjemand anderem. Machen wir einen Generator, der ist gleich fertig. Ja, das ist schön. Ich bin bei euch in der Nähe, aber gleich kaputt. Nee, du bist nicht bei uns in der Nähe. Oh, scheiße. Also ich sehe dich da hinten. Ja, ich habe jetzt gesehen, dass sich da was bewegt, ja? Nein! Warum kann ich das nicht machen? Oh, ich denke, ich soll zum Generator gehen. Wo seid ihr denn? Ja gut, der muss ein bisschen Entfernung von dir. Ich habe schon wieder getroffen. Schon wieder funktioniert. Ey, was ist das? Irgendeiner liegt auf dem Boden. Ja, ich bin weg. Der Cubic. Sayonara, du schnöde Welt. Wo hängt der dich hier noch? Ich glaube, da, wo ich gerade war, wenn ich was richtig gesehen habe. Oder in der Nähe. Alles holen. Moment. Lass dich verfolgen. Rett Überlebende. Yeah. Ich habe Blutpunkte geholt. Und jetzt schaue ich schnell weiter zu mir. Nein, geh weg. Ich will zuschauen. Los. Hier ist ein Generator auch noch im Feld. Wir können uns auf Gegenseite schatten, wenn wir nicht weisen. Du musst uns erstmal heilen. Ja, ja. Na, kommt aber in eure Richtung, glaube ich, ne? Oder hier um die Ecke. Komm mal hier rum. Hal, du. Soll ich dich heilen, glaube ich? Ich habe das Perk drin, wenn wir nicht schneller heilen. Hä? Ach, das ist, weil ihr verletzt seid, oder was? Nee, weil Papa mich vom Haken gerettet hat. Nee, nee. Bei ihm war ich gerade drin. Da habe ich voll laut die Musik gehört. Und dann habe ich zu dir gewechselt. Und fast keine mehr. Ich habe jetzt gedacht, das wäre vom Killer. Oh, er hängt. Aber der hat noch volle Zeit. Da hinten ist ein... Wo gehen wir hin? Da hieß noch ein... Siehst du denn? Auf dem Feld ist einer. Ein Generator. Ich sehe ihn. Aber wo hängt der Typ? Da rechts von euch. Hier ist einer drin. Sollen wir den noch? Ähm... Wir gucken auf der andere Seite. Ihr Kameradenschweine. Ich gehe da hin, wenn der andere da nicht kommt. Kameradenschweine. Silke, guck mal, ob der sich selber retten will gerade. Der hat schon so viel verloren. Nee, der bleibt hängen. Scheinbar ist der aber auch hier, weil hier ist die Musik irgendwie noch. Hier ist es gar nicht, oder? Ja, jetzt versucht er sich zu retten. Immer mal wieder zwischendurch. Nee, nee, dann zeigt er nur, dass der Killer weg ist, oder? Nee, aber die Musik ist noch hier. Ja. Ist aber gleich auf die Hälfte runter, ne? Okay, ich gucke mal. Der hat hier irgendwie... Das kann natürlich auch sein, dass das die Musik ist, weil er jetzt bald auf der Hälfte ist. Aber es ist noch nicht, also es ist leider lang. Ich sehe dich kommen. Ah, nee, er kämpft jetzt. Oh, oh, oh. Nein, er ist weg, er ist weg, er ist weg, zurück, 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 zurück. Ich habe den Generator. Ja, er konnte wahrscheinlich nicht mehr kämpfen, nehme ich an. Ja doch, der war ja noch volle Leiste. Beim Larsen der Nähe ist er. Scheiß Fliege. Sag mal, lässt du dich jetzt töten hier? Oh. Ich glaube, das war das Ende der Vierjäger, hoffe ich zumindest. Der ist ganz bei dir in der Nähe. Oh, 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 oh. Der ist direkt beim Generator hier. Fuck. Der wird gerade verschleppt. Er hat mich. Und damit bin ich tot, weil ich bin ja schon... Hat er dich schon im Arm? Ja, ist jetzt aufgehangen. Ich bin tot. Ja, instant. Es sind nur noch zwei Generatoren. Aber du bist ja alleine. Du musst doch die Klappe jetzt finden vielleicht. Guck nach der Klappe. Aber erst wenn du ganz weg bist, du aus dem Bild, glaube ich. Ja, ja. Jetzt, jetzt, Klappe, Klappe. Klappe, die erste. Oh, jetzt ist er auch noch beim Cubic. Aber ich habe meinen Ruin-Rituale abgeschlossen. Aber das sieht ja doch, wenn den Kopf so da dran ist, oder? Mich sieht er nicht. Boah, das ist ja noch ekelhafter als dieses Lied da von einem Axtmörder hier. Ja, ja. Von einem Häschenmörder. Dieses La-la-la-la-la. Ja, ich hasse es auch, wenn du hier Horrorfilme hast, wo Kinder drin spielen, weißt du? Mhm. Komm schon. Aber jetzt noch wisst du, wo die Klappe ist. Ich habe jetzt die Seite nicht offen, wo es drinnen stand. Wie? Das steht immer irgendwo drin? Ja, das habe ich die letzten Male schon mehrfach gesagt. Aber ich dachte, die wäre random. Irgendeiner hat gesagt, die sind random. Da steht aber dann drin, es ist immer am Haus, oder es ist immer außerhalb, in dem Ring quasi. Also ganz außen, die Ränder. Die sind immer alle nieder, meine Damen da. Ich weiß nicht. Killer, sehe ich die ja öfter mal. Der Killer kann die ja sehen, die Klappe. Oh, 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 oh. Runter. Ja, aber dann ist er gleich auf K, das ist das Problem. Nee, nee. Scheiße, hab ich ja auch ständig hier. Obwohl ich nicht so lange da stehe. Da ist ein Generator, vielleicht in der Nähe vom Generator oder so. Da könnte es irgendwo sein, hier. Boah, was höre ich denn hier? Den habe ich angemacht, pass auf. Das ist bestimmt an einem Haus. Du hast Sprintboost? Ja, da war ich direkt so einen Schub. Den will ich nur aufsparen, wenn er hinter mir ist. Wo hast du denn jetzt die Vögel aufgescheucht? Du bist doch am Schleichen. Ja. Da ist sie doch. Da ist sie. Ach, du hörst die auch. Ja, die hört man auch. Die macht so Geräusch. Wenn man, wenn man in der Nähe ist, dann hört man die auch aufgehen. So ein Knall ist so ein kleiner. Ja gut, aber nur wenn sie dann aufgeht. Die war ja jetzt schon offen. Ich habe trotzdem keinen Fortschritt gemacht. Aber ich bin jetzt Level 10, immerhin. Aufstieg Belohnungen gewährt. Oh. Hier geht es. Bis. Sehr schön.